Stefan Meross Natürlich hofft man immer, dass es im kommenden Jahr weitergeht. Ob Stefan Meross nächstes Jahr immer wieder sonntags weiter moderiert, ist aktuell noch unklar. Dass der Bayer das Format überhaupt so lange am Stück moderiert, ist für ihn nicht selbstverständlich, wie er der Super-Illu erzählt. Als ich anfing, haben mir viele maximal vier oder fünf Jahre gegeben, offenbart er. Jetzt möchte er sein Baby, das mittlerweile erwachsen geworden ist, nicht mehr so schnell hergeben. Jedoch weiß er auch, dass es nach jeder Staffel vorbei sein könnte. Langfristig planen kann Meross nicht, da er immer nur Jahresverträge erhalte. Falls die Sendung endet oder er als Moderator ersetzt werde, würde ihm das im ersten Moment sicherlich schmerzen. Er gesteht aber auch, ich könnte mich irgendwie damit abfinden. Auf einen möglichen ausbereite er sich schon seit vielen Jahren vor. Stefan Meross fürchtet das Schicksal von Andi Borg auf keinen Fall willig den Andi Borg- oder Max Schautzer-Effekt, die beide für ihre Shows ganz kurzfristige Absagen bekommen haben, fürchtet Stefan Meross. Bei seinem TV-Kollegen Andi Borg spielt er auf das Plötzliche aus der Stadelshows an. Nach neun Jahren als Moderator wurde der Wiener abgesägt, da der ORF eine Verjüngung des Formats plante, inklusive jüngerem Gastgeber. Über ein ähnliches Schicksal braucht sich Stefan Meross zurzeit jedoch keine Sorgen machen, weil momentan alles super läuft. Das betreffe auch die Einschaltquoten, sowie den durchschnittlichen Marktanteil von 16,5%. Aktuell scheint es für Stefan Meross also gut auszusehen, die Sendung 2025, das 21. Jahr in Folge zu moderieren. Ob ihm bis dato eine seiner vielen Negativschlagzeilen einen Strich durch die Rechnung macht, wird sich zeigen.